So, da wir heute nun das Element Luft haben, möchten wir euch vor eine kleine Challenge stellen. Und zwar ist eure Aufgabe, einen Luftballon wie diesen, mindestens 30 Sekunden lang nur noch pusten, ohne ihn zu berühren, vom Boden wegzuhalten, ohne dass ihn den Boden berührt. Das werde ich und der Michael jetzt mal machen und schauen, wer gewinnt. Und mal schauen, wie gut ihr das Kind kriegt daheim. Bis zum nächsten Mal.